Banner. Pop-up. 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 Spam. Dass Online-Werbung auch anders funktionieren kann, zeigen die sechsten studentischen Medientage. Unter dem Motto Perspektive Online – Public Relations im Netz präsentieren Fachvorträge und Workshops ein ganzes Wochenende lang zukunftsweisende Entwicklungen der Web-PR. Außerdem diskutieren namhafte Vertreter der Medienbranche am Samstagabend über Chancen und Risiken der neuen Werbekultur im Netz. Die studentischen Medientage am 10. und 11. April an der TU Chemnitz.